Hallo zusammen, unser Thema ist heute Raps und Bienen bzw. Bestäuberinsekten. Ist dies ein unumgänglicher Zielkonflikt? Dazu haben wir uns Herrn Kersten, Imker und Vermittler zwischen Landwirtschaft und Bienen eingeladen. Ja moin, mein Name ist Heinrich Kersten, ich imker seit 1984 in Pferden-Eisel. Der eine oder andere kennt mich vielleicht schon aus Blühflächenprojekten. Zum Thema Rapsblütenspritzung habe ich eine sehr gute Nachricht für Rapsbauern zu Vorurteilen, häufig im Zielkonflikt Bauern und Bienen. Trotz Rapsblütenbehandlung mit Cantus Gold ist es uns Eisler Imkern unter Mitwirkung eines Landwirts nachweislich dokumentiert in 2020 gelungen, dass keine Rückstände in einer Untersuchung festgestellt werden konnten. Selbst das im Spritzmittel vorhandene Boskalit lag unterhalb der Berichtsgrenze. Viele fragen sich, wie geht das? Ganz einfach. Unsere Bitte an euch für einfache drei Schritte. Ruf bitte vorher den Ortsimker an, wann und wo ihr spritzen werdet. Zweitens Spritzeitpunkt ab 19, 19.30 Uhr nach Ende des Bienenfluges bis 23 Uhr. Und drittens beginnt mit der Spritzung an der vom Bienenstand entferntesten Ecke. Das spart Zeit. Wenn ihr fertig seid, ist der Bienenflug zu 99 Prozent abgeschlossen. Das ist alles.